So Freunde, wir haben jetzt das Motorrad erfolgreich geklaut und wollten uns jetzt mal diesem Frenzy Freak widmen. Das ist dieses Fragezeichen dort, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mal schauen, was das ist. Wir können uns doch hier gleich mal... Jawolli! Mustern! Sehr schön, haben wir gleich ein schöneres Auto besorgt. So... Was ich jetzt hier? Ja, das ist kein Problem. Was ihr mit euch hier ist? Alright, ihr habt ihr in die Runde. Und bei ihr? Ich bin jetzt, ich mache ihn. Also... Ja, wassit ich. Ach, wassit ich,es Mal. Wassit du? Es hat mich. Okay, ich hab das jetzt gerade nicht richtig mitgekriegt, was wir hier machen sollen. Aber wir haben hier einen Wegpunkt, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Nein, ist jetzt wirklich eingedrückt hier. Oh, Mann, wie habe ich das gemacht? Wir beide wissen, dass du immer sehr süß auf mich bist. Franklin Clinton. Scheiße, deine Hände muss höher sein oder so. Ich habe gesagt, ich mache das nichts mehr. Ich meine, ich habe Baby-Dose jetzt und wieder, nur für den Garten. Aber ich mache gut, Boo. Deine Augen nicht lieben. Whatever du sagst, Frau, komm. Ah, jetzt sind wir die Karo gleich wieder los. Ah, nur fahren gar nicht mehr. Okay, was müssen wir jetzt machen, Mensch? Wahrscheinlich müssen wir jetzt ein Auto abschlippen. Yo, wir auf das, wie Ugly on your Mama. 10-9, wiederkommen? Ich habe das nicht catch. Ist Tanya, fool? Und mein Mann, Franklin. Wir sind für JB. Ah, copy das. Hi, Tanya. Car's a Junker. Been da für Tage. 10-7. Ich bin weg. A Bucket. Das sollte einfach sein. Shit, nicht einfach sein für JB, zu drücken seine Hände aus, auf jeden Fall heein' in. His loss. Yo, gain, sugar. Except I ain't gain any shit, sugar. Move that seat back, and you know I make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Cooles aussehen, sind das wieder so kleine Nebenaufgaben? Ich da. Ich bin schwerer. Okay. I've seen JB do this a hundred times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Alright, baby. Back it up nice and steady. Okay. 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 We are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey. This was not how I saw my day going. Coming at you live from Los Santos, home of the one true American art form. No, not movies. Uh, no, no. Not marketing. We talking about gangster rap. The one thing we lead the world in. Well, that and, uh, franchise coffee shops. We're number one. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changing. You the one all turfed up. JB's smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Also i'm mad. Oh, hell. We lost the car. Oh, shit. We were left in theачers. Yeah, it's the goal right now. Oh, shit. What are you doing? Ich versuche das mal so wieder auf deinen Haken zu kriegen, ja. Ich will ihn drehen. Ja gut, man kann sich hier natürlich auch sehr dämlich anstellen. Dann nehmen wir ihn doch, Mensch! So, wie machen wir das jetzt am besten? Die steht hier alle im Weg. Ach, das ist doch nicht zu fast. Die steht hier im Weg. Die steht hier im Weg. Oh man, wie peinlich das hier ist, oh gollllll Schau ab! Du fahr doch weiter, was ist denn los? Steht er dann da rum, fahr doch du Eierkopf Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn Na endlich, oh man, wie peinlich, ehrlich, ey. Wir müssen hier bestimmt ran. Okay, vorsichtig. Oh man, oh man. Was ne schwere Geburt, ey. Ja, schon blöd, jetzt ist unsere, unser, unser Mustang weg. Naja, egal. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde fast vorschlagen, vielleicht erstmal nach Hause zu fahren. Ist das zu Hause hier? Ne, ist die Auto wahrscheinlich da. Wo muss man da hin? Franklin wahrscheinlich, ne? Um uns nochmal aufzufrischen und dann können wir die nächste Mission anfangen. Was für'n Scheiß das eben war, oh man. Da muss ich doch gerade glatt überlegen, ob ich das überhaupt hier irgendwie hochlade. Wie peinlich. Was für'n Scheiß. Was für'n Scheiß. Was für'n Scheiß. Was für'n Scheiß. Oh man. Was für'n Scheiß. Was für'n Scheiß. Was für'n Scheiß. Ich bin eine Frau. Das ist die Wahrheit. Aber Frau... Ich habe alles getan, was ich kann. Aber du weißt, wie die Männer sind? Warte mal. Oh, Frau. Wie viel weiter? Wir sind noch nicht fünf Meter. Ich weiß, ich werde nur fragen. Das ist spirit-walking. Es regnet den Körper und der Soul. Es ist die Rage. Wir sind Frauen und wir sind frei. Wir sind Frauen. 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 Verdammt. F, ist das deine Frau? Ja, danke Gott. Ich erinnere sie. Sie ist spirit-walking. Das ist nur ihre Attentation. Hey, hey, nicht zu sprechen über deine Frau. Ich meine, sie cool als eine Frau. Komm mal. Komm mit? Wir müssen gehen und gehen und reden. Wir können auch gehen und reden. Warum können wir nicht fahren? Around dem Block mit Chop? Ja gut, das war jetzt nicht mein Plan. Ja gut, das war jetzt nicht mein Plan. Ja gut, das war jetzt. Ja gut, das war jetzt. Ich weiß, die Unterschiede. Ja gut. Mein Mann wird sehr glücklich sein, Mann. Sie will mich tot, Mann. Sie will mich tot, damit sie die Frau zu kommen. Du hast die Runde, Mann. Ich bin ein Apache. Ich werde deinen Arsch. Ich werde deinen Arsch. von Chop. Wir fahren mit den Kanal an. Erg hast du einen Bruder. Wir sind, Mann. Wir sind, Mann. Wir sind die Bruder. Wir können sie, Mann. Wir sind, Mann. Wir sind im Amgen. Hey, warum machen wir das? Ja, weil wir unsere Income supplementieren. Mehr als supplementieren die Drama in unserer Leben. Ist das Fuss Simeon für ihn oder für ihn selbst? Für ihn selbst, glaube ich. Also, wie ein paar gutter-ass Fuss-Fuss-Gütteln wie uns geht hier? Durch die Serien. Genau. Wir zwei Highly Motivated, Results-Driven motherfuckers mit einem Entreprenurium-Mindset. Oh, ja, ja. Highly Motivated Self-Starter, hm? In the kidnapping sector. Gas starten big. But it always go wrong, don't it? All your schemes for years. They'll go right. But I wouldn't say that they go wrong all the time either. Not as wrong as they could. I ain't dead. But I ain't rich neither. How does 40.000 sound? Wenn das hier mit dem Autofahren alles realistisch, dann werden meine Charakteren schon 20 mal geschraubt. Wenn du ein Chopper? Man, Chopper don't get shit. Chopper intern. You hear that Chopper? I'm so afraid trying to screw you. Hey, I know you dry that Ampli. So why we in this bucket? It's struggling on the incline. I don't care about no hills. I can get guns, dogs, snatched up fools. You name it in the back of this motherfucker. Glad to see you got your priorities straight. He down his alley up here. Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short witty? I was just saying I was trying to holler at you. And? You ain't hollerin' at nothin' over here. Why's it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, niggas? A million OGs over here? Well shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, mobo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangstas can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharin' no ass to CGS. Ain't nobody sharin' nothin'! Man, shit the hell up, bitch! Fuck you, nigga! Man, fuck y'all! Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangstas, insignia, mads-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitchin' or something? Oh, shit! Bitch-ass nigga! Fuck you, nigga! Fuck, come on, get that nigga! Come on, let's go! Oh, man. Und wieder einem... Motorradfahrer hinterher. You see what he drivin'? Man, we in a van, motherfucker! We fuck! Und das mit nem Lieferwagen? Das kann ja was werden. Ja, da geht's schon los. What the fuck you say something, folks? We coulda creeped up on this nigga! You sit here yourself, Franklin? He was a big black motherfucker, nigga. Your creepin' days is over. We lose it! Come on, homie, concentrate on the road! Warum muss denn der gerade in dem Augenblick, wo ich da lang will, nach links abbiegen? He's leavin' us behind, fool! OG's gettin' away! Get on him! We in a van, nigga! This motherfucker's slow as hell! Come on, homie! We need the van! Man, look at this shit, dawg! We're chasin' another motherfucker on the wrong side! If we snatchin' this dude, we snatchin' his ass right! Remember the homies around the block? Man, the homies are blank! Yeah, so we not! Cops on their cell phone, as soon as they make the ransom call! Trianglated to signal, ghetto birds all over! Ah, my man! Mucho! Surveillance, my nigga! Nope! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Man, take time! Go get that fool! Nigga, you just sit in your ass there with your feet kicked up! Come on, chop! Come on! Go bite his ass! Get that motherfucker, chop! Get him! Ah, Kollege, now you have to do chop! There ain't no rabies shots where we take you to! Oh no! Oh no! Oh no! Let's do this thing chop chop! Oh no! 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 Give it up, homie! We ain't here to kill you! Just like Sprint training! Oh fuck! Come on, we will find that fool! Wo ist er? Wie ging das noch? Nein Oh, okay, okay Was ist der Fall? Was ist der Fall? Komm schon, wo du bist? Ja, komm schon, wo du bist? Wird du? Wird du? Wird du? Wird du? da oder da soll sich jemanden suchen ja er sagt Dude, Chop! Man, you'll fuck anything! This ain't time for humping, Chop! Come on, man! Oh, you horny little motherfucker! You need bootcamp or some shit! Go, boy! Where that OG at? Come on, smell that stinky motherfucker! I got your ass! You scared of dogs, nigga? Screw that dog, bitch! Don't hump him! Bite his ass! Yes, my fettig! Shut the fuck up! Hey, man! Get over here! Oh, shit! What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF! Cause maybe we doing our own thing! What the fuck, man? What the fuck in the fan, punk? Shit! Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up! Just get in! Yeah, that's you, nigga! You fucking idiot! I said I had no beef, man! Shut the fuck up! Hey, man! What the fuck? Get this fucking dog away from me! Come on! Fuck! Hey, if you don't train chop, he gonna be a lost cause like you, dog! We gonna stash this dude in my spot! Okay, so wie's aussieht wird der Hund wohl noch öfter eingespannt hier in diese ganze Geschichte. Man, you can... The duy Or, otherwise his allerdings can be feelings better. Is it gonna I don't know. We'll see something. Ich weiß es nicht, du kennst mich. Ich wusste es, du, bevor du die Flagg hast. Du bist immer dumm, Lamar. Wirklich? Ich glaube, das bedeutet, wir werden uns zu schnauern, wenn wir unsere 40 Stacks holen. Du bist nicht zu schnauern. Die Fans werden dir auf dich, bevor du kannst, nirgends. Be quiet, ich muss einen Telefon machen. Wir haben dich, Bruder. Du bist auf dem Telefon, du dumm, motherfucker? Die gonna trace this shit in a second. Wir wollen 40,000. Let's pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit is because we went easy on your ass. Remember that, dawg? Oh, you owe me a bite too, motherfucker. This is some bullshit. Take me down the cut. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good phone? The couch was all over, nigga. I could have swallowed my car and tried to triangulate that. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. And the cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. Okay, then we go first to his first place. And then we'll take a cut. I don't know if it's here until today. I'll take something else on today. Ja, wo haben wir denn bestanden, ja. Ja. Perfekt war auch das wieder nicht, aber ehrlich gesagt, ist mir das auch völlig egal. Ich spiele das ja jetzt hier auch zum ersten Mal, also zumindest den fünften Teil. Und von daher, scheiß lieber Ron Ron. Kann da natürlich auch mal ein bisschen was passieren. So, ich glaube, so ein bisschen aufladen, konvozieren, sehr schön. Da, vielleicht mal die Blume umgekippt. Gut. Dann werden wir hier speichern und einen kleinen Cut machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.